Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Dark Souls. Es geht weiter. Ja, Freunde, ich hab's geschafft. Ich hab gelevelt wie ein Rentvieh. Und zwar nicht bis Intelligenz 44, sondern bis zu meinem Endwunsch. Intelligenz 50. Jawohl. Wir sind Level 93. Ich hab die Magien gekauft und ich freu mich so, denn jetzt wird nicht mehr gelevelt. Und Level 93. Also gut, vielleicht haben wir ja mal irgendwann zufällig Seelen, genügend Seelen zusammen. Es kostet ja nur 50.000. Ja, aber im Grunde hab ich nicht mehr vorzuleveln. Also eventuell ist 93 auch unser Endlevel. So, wir gehen jetzt nochmal gemeinsam zum Leuchtfeuer und werden die Zauber einstimmen, die wir jetzt neu haben. Wir haben ja jetzt den Kristallseelensperr. Wir haben die Zielflugseelenmassen. Ja, die ist klar. Wir haben nochmal die Zielflugseelenmasse. Damit haben wir 20. Dann haben wir Seelenpfeil. Quatsch, Quatsch. Wer will schon noch den Seelenpfeil? Seelensperr. Hier, den ganz normalen Seelensperr. Lalalala. Ihr seht schon, da sind jetzt wirklich nur noch diese High-End-Sachen drin. Nochmal Seelensperr. Jetzt haben wir 8 davon. Ich hab ja auch die doppelt gekauft. Gut. Und eins fehlt noch. Kristall... Haben wir schon alles drin, was ich wollte? Ne. Zielflugkristallseelenmasse. Da haben wir's doch. So. Also wir haben zweimal die verbesserte Variante. Dann haben wir die alte Variante doppelt. So müsste das jetzt genau sein. Also zählen wir das. 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 Haben wir 8. Und das haben wir 20. Gut. Passt. Yo. Ich würd sagen, zaubertechnisch sind wir jetzt auf dem höchsten Stand der Dinge. Es gibt noch einen besseren Zauber. Dafür muss ich aber nochmal mit Logan sprechen. Beziehungsweise... Ähm... Ja, ja, gut. Das werdet ihr sehen, wenn's soweit ist. Wir gehen nämlich noch nicht zu ihm. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Kamerad. Ah, okay. Das hatten wir schon mal. Ich mach's weg. An ihm liegt's nämlich, dass die Questreihe noch nicht weiterging. Der spricht nämlich davon, dass er runtergeht. Hat er bisher noch nicht gemacht. Vermutlich wartet er, bis ich auch mal runtergehe. Also er meint diese... Ja, diese Untiefen. Diese, ähm... Feurig-dämonische Welt da. Äh... Mir ist gerade der Name entfallen. Äh, Schandstadt. Genau. Schandstadt und so weiter. Und was danach noch kommt. Da möchte ich aber noch nicht hin. Ich möchte heute mal was anderes machen. Eigentlich könnte ich diesen Part schon wieder ein bisschen optional gestalten. So wie der letzte. Aber ich dachte mir... Ähm... Ja gut, er wird optional. Was ich mach ist Bonus. Aber er wird spannend optional. Also ich werde jetzt nicht hier einfach in irgendeinem Gebiet ein bisschen rumbätschen. Ich werde euch was Neues zeigen. Ähm... Das ist dann auch spannender wie das letzte Mal. Bevor ich mich nämlich... Ich dann nochmal, äh... Etwas... Eintönigerem widmen muss. Nämlich dieser Logan-Geschichte. Da muss ich aber extra nochmal ins Archiv. Und das habt ihr auch schon zweimal gesehen. Und weh, weh, weh. So. Mal gucken, ob ich das noch hinbekomme. Wir... Fahren nach oben. Wir werden aber einen Zwischenstopp machen. Upsala. Ja. Nämlich genau hier. Ich wurde schon ein paar Mal drauf hingewiesen. Ich kenne das Gebiet. Und ich werde jetzt einfach mal schauen, ob wir das schaffen. Es wird keine einfache Sache. So viel kann ich euch schon mal sagen. Ähm... Das, was wir heute vorhaben. Aber mit den neuen Zaubern bin ich hochmotiviert. So. Ich hab mich oft gefragt... Ja, super. Was bringt mir das? Aber wenn man sich genau umschaut. Zum Beispiel da oben liegt auch eine Seele. Bzw. ein Item. Ähm... Wieso ist hier eine geschlossene Kiste? Habe ich mir das noch nie geholt? Hä? Ich war doch schon in diesem extra Dingens. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal schnell runter und holen uns das. Uuh. Das war gar nicht mal so unknapp. Alter, hab ich das noch gar nicht geholt? Wie peinlich. Das ist eigentlich eines der ersten Sachen, die man sich hören könnte. Die Heimkehrknochen. Gut, dann holen wir das jetzt eben schnell nach hier. Morgenstern und ein Talisman. Ein geborstener roter Augapfel. Und ich glaube, das war's noch nicht ganz. Irgendwo war noch was. Wenn man da irgendwo... Irgendwo hier muss ja eine offene Nische sein. Ich meine... Äh, es muss ja hier weitergehen, ne? Hä? Da bin ich gerade blind. Wo ist denn diese offene Nische? Ich muss ja eh wieder rauskommen können. Da hinten war's nicht. Ne. Hä? Da hinten? Da seh' ich's doch. Da. Ne? Ein bisschen versteckt. Aber da ist noch eine Kiste. Und unser Ausgang. Ja, und hier ist auch der Friedhof, der auch zu den Katakomben führt. Den hab ich mir noch gar nicht angeschaut. Das werd ich auch noch nicht. Weil diese Skelette, die nerven einfach gut. Was heißt die nerven? Mittlerweile sind sie One-Hits, denk ich mal, oder? Seid ihr One-Hits? Ja. Definitiv. Aber die stehen immer wieder auf. Das ist das Nervige. Ach komm, wir erkunden... Ne. Ach, das Item hol ich jetzt. Äh, aber erkunden möchte ich den Friedhof noch nicht. So, haben wir noch eine Seele bekommen. Das heben wir uns noch auf, dieses Gebiet. Weil das führt in eins meiner allergrößten Hassgebiete. So. Jetzt haben wir uns schon wieder ablenken lassen hier. So schnell geht das. Jetzt sind wir wieder hier bei... Ah ja, die Seeschlange. Seeschlange. Die Urschlange. Seeschlange ist ja eine Beleidigung für so ein... Übergigantisch, ähm, legendäres Wesen. So. Jetzt aber nochmal den ganzen Spaß mit dem Aufzug. Mal gucken, ob wir es noch durchziehen, was ich vorhabe. Wenn wir das gemacht haben, dann kommen wir wiederum in ein optionales Gebiet, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und danach erst werde ich die Sache mit Logan machen. Und danach dann werde ich mich erst den wichtigen Dingen widmen. Wie zum Beispiel den vier Fürsten, die uns noch bevorsteht. Diese großen, ja, Fürstenseelen. Was ja eigentlich unsere Hauptstory ist. Aber, wir lassen uns ja gerne ablenken. Wir haben es ja nicht eilig in Dark Souls. Wir überlegen uns jetzt mal, wie wir da am geschicktesten springen. Also, ihr seht vielleicht, mein Ziel ist es, auf dieses schmale Teil hier zu springen. Das wird nicht einfach bei meinem Können. Ich weiß nicht, ob dieser Anlauf hier reicht zum... Oh, ja, was mache ich? Was war denn das für ein mieser Sprung? Ja, das Blöde ist, ich kann nicht gerade springen, wie ich es eigentlich am liebsten mache. Alle, suche ich jetzt schon wieder diesen Ausgang? Hallo, bin ich so beknackt? Da hinten ist er doch so. Also, noch einmal den Spaß. Oh, nee, das kann jetzt dauern, bis ich das geschafft habe. Normalweise schaffe ich es immer beim zweiten Mal. Aber ich kann mir vorstellen... Jetzt in der Aufnahme brauche ich fünf Versuche oder so. Ach komm, da hinten liegt ein Item. Ich kann nicht widerstehen, wenn ich es schon blinken sehe. Auch wenn da sich jetzt schon wieder... ...eins geletzt zusammenformiert und mir in den Allerwertesten sticht. Aber das ist mir egal. So. Also, nochmal. Hopp jetzt mal ein bisschen schneller hier. Das kostet doch alles Zeit. Ich möchte euch doch was Spannendes zeigen, habe ich doch gesagt. So, also nochmal da rüber. Ja, und ihr seht den großen Vogel da oben. Mit dem hat es was zu tun, wo ich ihn möchte. Die Leute, die das Spiel kennen, wissen ja eh schon längst, was ich machen will. So, hallo. Ja, mein Freund, da steht er wieder. Da wird sich auch denken, wie zum Teufel. Aber egal. Ich mach wenigstens was. Ich steh nicht nur blöd rum und verliere meine Braut, weißt du. Naja. Hopp. Und noch einmal den Spaß. So, und jetzt würde ich gerne den Sprung schaffen. Das wäre ganz cool. Ohne so einen komischen Schlenker. Ich versuch's halt mal ohne... Ja, das sieht gut aus. Das sieht ja perfekt hier aus. Wieder... Eigentlich mal... Hä? Moment, ich glaub, da muss ich einmal rollen. Hä? Ich muss da hochkommen. Ich bin mir ganz sicher. Oder muss ich hier nochmal springen oder was? Warte mal. Ah, jetzt geht's auf einmal. Okay. Ja, da sehen wir den Vogel jetzt endlich mal in seiner vollständigen Größe. Süß, ne? Jo, und wir gucken mal weiter, was hier jetzt so ist. Das ist ja jetzt neu. Da sind wir sonst nie hochgekommen. Boah! Scheiße. Ah, macht ja nix. Ich hab schon gedacht, ich bin runtergefallen. Ne, wir müssen die Treppe hoch. Ach, einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Ja, ich bin noch nicht hundert Prozent gesund. Ich nervt ein bisschen. So, ja, da sehen wir ein Item, aber ich... Ja, eigentlich ist der Sprung einfach, aber wieder zurückspringen? Ich weiß nicht. Aber ich muss, ich muss das holen. Ich muss das holen, fällt mir gerade ein. Das ist ein wichtiges Item, Freunde. Also... Oh, zack! Was war denn das für ein dummer Sprung? Aber gut, wir sind... Oh, komm. Ich komm doch jetzt noch da hoch, oder? Alter! Och, Mann, jetzt bin ich runtergefallen. Wo bin ich denn jetzt? Och, Mann. Oh, ich bin noch nicht ganz unten. Aber ich glaube, ich komm da nicht mehr hoch, oder? Verdammt. Oh, Mann. Ich wollt springen. Ich verstehe das bei Dark Souls irgendwie nicht. Diese Sprunggeschichte, die klappt irgendwie manchmal nicht. Es ist ja auch seltsam, wie man in Dark Souls springt. Definitiv. So, ich hab keine Chance, hier nochmal hochzukommen. Vielleicht kann ich wieder... Ja. Toll. Oh, ich hab jetzt gleich die Schnauze fallen. Ja, ich probier's jetzt noch einmal in der Aufnahme und dann muss ich das mal wieder als Fail betrachten. Und dann werd ich das halt wieder offline irgendwie schaffen auf das Dach. Ich möchte halt... Ich möchte halt... Wie zärt, also... Ich möchte ja nicht so viel rausschneiden, Leute. Aber ich möchte euch echt was Spannendes zeigen. Da find ich dann solche beknackten Fels einfach nur lästig. Ein paar Mal ist gut. Aber irgendwann ist auch mal Zappe hier. So, jetzt erst wieder den Sprung schaffen. Go! Nein, 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 nein! Och, Mann, ich hasse die Stelle. Ich bin aber auch so blöd. Ach, ich schneid's jetzt raus, bis ich auf dem beknackten Dach bin. Ich hab keine Bock mehr hier. Jo, war ja klar, dass ich's gleich jetzt beim ersten Mal schaffe, ähm, da wieder hochzukommen. Ich hab's euch jetzt... Ich hab euch absichtlich jetzt wieder ein bisschen früher reingeschaltet, obwohl ich noch nicht auf diesem Dach bin. Ich schau jetzt erst mal ganz oben. Vielleicht fällt mir der Sprung dann auf das Dach her deutlich einfacher. Das könnte jetzt sein. Was ist zum Beispiel hier? Ja, wenn ich zum Beispiel von hier aus... Ne, das ist mir zu blöd. Oder wenn ich mich hier runterfallen lasse vielleicht. Obwohl, ne, 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 das mach ich nicht. Ne, 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 ne. Nein! Nein! Okay, es geht aber noch, ich bin ja jetzt hier. Was ist heute los? Ja, Standard. Ist ja bei mir nix Neues. Okay, jetzt gehen wir aber echt mal ganz hoch. Ich werd mich jetzt nicht mehr ablenken lassen. Mensch, 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 Mensch. Was heißt ganz hoch? Ah, da ist das Nest. Ja, aber zu dem Nest gehen wir noch nicht. Ich muss erst auf dieses Dach gelangen. Seid ihr halt doch nochmal dabei, wie ich hier rumfahle. Äh, von hier aus, das ist mir jetzt so ein blöder Winkel. Da kann ich nicht springen. Ich werd's... Ja, ich werd hier springen. Einfach nur springen. Dann klappt die Sache auch. Mal erstmal einen Schluck trinken. Das wäre nämlich der Oberburner, wenn ich dann auch noch verrecken würde. Wenn ich jetzt wieder... Im bescheuerten Spur... Ja, springt einfach nicht. Dieser dumme Babsack hier. Jetzt spring doch da hoch. Alter, ich will da hoch. Spring. Merkt ihr das? Als ob da eine unsichtbare Wand wär. Oh, eben. Ja, ja. Mann. Schlimm als jeder ein Gegner. Wirklich, dieses Dach. Aber wir sind oben. Und bekommen den Schlüssel der Untoten. Asyl West. Ihr erinnert euch. Im aller, aller, allerersten Part. Das war... Hey, was ist denn da für ein grelles Licht eigentlich? Naja, aber ich war hier schon, oder? Da komm ich nur wieder zurück. Ähm. Oder? Naja, ich probiere... Da doch, da war ich sicher schon. Ähm. Ja, ihr erinnert euch. Allererstes Gebiet. Wir haben den Schlüssel bekommen. Ihr erinnert euch vielleicht auch, dass da mal was zugeschlossen war. Ja, jetzt fragt man sich, wie kommt man in dieses alte Tutorial-Gebiet. Und genau das möchte ich euch jetzt zeigen. Ich überlege nur gerade, ob ich die Chance habe hier... Ja, wenn ich da drauf springe eventuell... Dann muss ich eventuell diese Fahrstuhlkacke nicht nochmal machen. Ich probiere das mal. Ob wenigstens einmal mit Skill. Ja, danke. Geht doch. So, jetzt können wir nämlich nach oben. Und können uns dieses Nest... Genau, betrachten ein sehr großes Nest. Aber gut, das ist ja auch ein großer Vogel. Und wir können uns zusammenrollen. Ja, ich bin ja kaum mit einem Eil hier zu verwechseln. Wir könnten jetzt auch wieder aufstehen, aber wir warten mal noch ein bisschen. Mal ein bisschen umgucken. Wo ist denn der Rabe? Seht man den von hier? Nee. Man hat nur... Ja. Bringt anscheinend nix. Da unten ist der Rabe. Oh. Vielleicht bringt es ja doch was. Ja, Freunde, als Ei getan geht es zurück in das alte Tutorialgebiet. Lang, lang, lang ist es her. Mal gucken, was da so los ist jetzt. Jo, da sind wir. Schön. Das nördliche Asyl der Untoten. Und da würden wir theoretisch auch wieder in die normale Welt kommen. Und ihr seht schon, ich werde hier herzlich empfangen. Das ist neu. Hier waren sonst keine Untoten, die mit Fackeln auf mich gewartet haben. Juhu. Also, Freunde. Ihr seid aber nach wie vor One-Hits. Finde ich toll. Und ich treffe den nicht. Warum? Naja. Dafür habe ich euch jetzt beide getroffen. So. Ein bisschen Ausdauer vollladen lassen. Und jetzt. Tschüss. Ja. Keine große Gefahr. Gehen wir mal weiter. Schauen wir uns einfach nochmal um. So, als wäre es wie damals gewesen. Allerdings. 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 Habe ich eine Vorahnung. Deswegen bin ich ein bisschen auf der Hut. Ich erkläre euch das dann, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal versuchen wir einfach mal ein bisschen zurück zu gehen. Vielleicht haben wir damals doch irgendwas übersehen. Nervt nicht. So. Wir benutzen dann auch gleich mal das Leuchtfeuerchen da hinten. Ach ja. Wie schön war doch der Anfang. Mensch. Wie die Zeit aber auch vergeht. Und jetzt sind wir schon bald im Endgame von Dark Souls. Das ist. Das hat man immer mit so gemischten Gefühlen. Bei so einem Let's Play. Das einem so richtig ans Herz wächst. Das geht euch bestimmt genauso. Beim Zuschauen. Wenn man sich fieberhaft auf den nächsten Part freut. Und man weiß. Es ist nicht mehr viel. Gut, in unserem Fall ist es noch einiges. So. Das war der erste Gang, den wir damals durchschritten sind. Ihr erinnert euch vielleicht. Und guckt mal. Unser großer Freund, der ist immer noch da. Steht da immer noch da wie angewurzelt. Und knurrt mich an. Oh. Wann haben wir denn da? Der ist auch neu. Und der hält auch was aus. Schön. Ich mag Gegner, die was aushalten. Aber noch mehr mag ich Gegner, die sterben. Ein Roderbrocken. Okay. Die fallen selten. Und schaut mal an. Da hinten liegt ein Item. Das haben wir damals nicht übersehen. Das ist neu. Die Zelle, in der alles begann. Eine merkwürdige Puppe. Hm. Die werden wir wohl noch brauchen. So. Gucke ich mir später da noch an. Äh, hier ging nix, ne? Jetzt haben wir aber natürlich den einen Schlüssel nicht umsonst bekommen. Denke ich doch mal. Wir gucken mal, was wir jetzt noch Neues anstellen könnten. Wo war denn diese verschlossene Tür? Ja, das auf dem Boden, diese Schriften. Das sind natürlich diese Tutorial-Tipps, die wir damals durchlesen konnten. Im Online-Spiel können das Spieler selbst verfassen. Was aber meiner Meinung nach ein bisschen Atmokillend ist. Vor allem, wenn man das Spiel nicht kennt. Wenn man dann so eine Schrift liest, wie Vorsicht Falle und so. Das möchte man... Das möchte man nicht wissen. Ne, mal ganz ehrlich. Nun gut. Dann lass uns mal... Ah, jetzt sind die ja schon wieder da. Komm, hau ab. So. Ja, da links ist noch ne Tür. Da werden wir mal hingehen. Oh! Oh, oh, oh! Aber hallo! Ja, das wusste ich natürlich noch. Und... Ähm... Ja. Ja, ich wusste natürlich, dass das Ding noch einstürzt. Ähm, ich wusste allerdings nicht, dass der mich dann... Ja. Allein wegen dem Fall-Damage dann so halbwegs, äh... One-hitted. Äh, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Definitiv. Äh, muss ich noch mal gucken, ob ich das hinbekomme, ohne dass er mich trifft. Oder dass ich schnell abrolle oder sonst was. Weil wenn ich da keine Chance hab, dann muss ich den später nochmal machen. Wenn ich ein bisschen mehr Life hab, fände ich aber blöd. Gut, ich möchte nämlich ungern, ähm, ja, noch mehr skillen. Mal gucken. Wir schnappen uns jetzt mal die Kristallzehnmasse, schnappen uns unsere Leiche und versuchen dann... Es gibt ja auch einen Zauber, wo ich kein Fall-Damage bekomme. Naja, gut, wir gucken uns das jetzt nochmal an. Ich war ja auch irgendwie auf der falschen Seite. Wenn ich jetzt erstmal weglaufe und mich heile... So, ja, es geht. Wunderbar. Das ist einer der schwierigsten Bosse überhaupt. Finde ich zumindest. Er hat eine unglaubliche Range. Aber wir haben unsere Krist... Ah, wir sind fast tot hier. Trink was. Okay. Er ist echt schwierig. Da muss man aufpassen. Er macht so einen Erdbebenschaden. Da hilft kein Blocken und nix. Wie ihr merkt. Ich habe gerade den Fehler gemacht. Oh, er könnte auch mal wieder was anderes machen, oder? Alter. Aber wir haben ihn. Puh. Ging ja nochmal gut. Ja, Kristallzehnmasse, sei Dank. Früher hätte ich mir den nicht zugetraut. Meine Fresse, der wollte es wissen. Das war der, den wir da... An dem Gang haben wir den immer gesehen. Ja, aber... Ungemütlich, der Kerl. Sehr, sehr ungemütlich. Was hat er denn für uns? Eine graue Scholle. Okay. Ist, glaube ich, zum Aufwerten ganz gut. Ja, gucken wir uns mal um. Kleiner Fiesling, wirklich. Optionaler Boss. Schöne Sache. Finde ich immer wieder toll, wenn es optionale Bosse gibt. Ja, zum Glück habe ich ihn geschafft. Ich habe schon befürchtet, ich müsste das Leuchtfeuer entfachen. Aber so habe ich wieder Menschlichkeit gespart. Juhu. Jo, hier scheint es sonst nichts mehr zu geben. Da ist aber eine Leiter. Gut, das wird unser einziger Ausgang sein, vermute ich mal. Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich denke mal nicht. Okay. So, und jetzt können wir uns in Ruhe umgucken, nachdem da Raufbold weg ist. So, Delay. Äh, ja gut, das bringt mir jetzt gar nichts. Ich kann hier runterspringen. Blup. Jetzt sind wir wieder im alten Gebiet. Okay. Dann werden wir jetzt... Ähm... Ja, mal schauen. Da lang. Es muss hier noch ein... ...Wegchen geben. Wir haben ja noch diesen Schlüssel bekommen. Den haben wir nicht umsonst. Ich überlege gerade, wo das war. Jetzt gehen wir erstmal nochmal da hin. Ja, ich glaube, ich weiß schon, wo das war. Dazu müssen wir einfach den alten Weg nochmal abgrasen. Das hatten wir ja noch nicht gemacht hier. Ja, jetzt seid ihr wieder da. Da. Du möchtest auch einmal gepikst werden. Bitte schön. So. So. Oder ist es kürzer, wenn ich... Nee, Quatsch. Wir müssen da lang. So, Delay. Noch ein Leuchtfeuer. Das lasse ich jetzt mal. Ich glaube, eine allzu große Gefahr kommt hier nicht mehr. Oh, da. Schon wieder so ein Ritter. Ja, komm her. Steh nicht wie angewurzelt da. Komm schon. Ja, ist gut. Hör auf zu blocken. Hör auf zu blocken und kämpf. So. Ein roter Brocken schon wieder. Dankeschön. Werde ich wahrscheinlich nie brauchen, aber hey. Macht nix. So. Ja, ich find's aber geil, dass sie so ein altes Level dann nochmal ein bisschen recyceln. Macht dann auch nochmal Spaß, das zu erkunden. Ach, erinnert ihr euch? Das war doch... War das unser Freund von damals? Oh. Ja, er ist ja jetzt... Anscheinend wie... Er ist ja damals gestorben. Und jetzt ist er wahrscheinlich wieder so ein typischer Rachegeist. Und will's wissen. Kein Problem. Kannste haben. Tschüss. Was hat er denn für uns? Ein Wappenschild. Okay, das ist nix besonderes. So, jetzt sind wir da oben. Jetzt ist es nicht mehr allzu weit bis zu dem neuen Gebiet hier. Ihr seht's nämlich. Hier ist das Item. Das hatte ich damals schon erwähnt. Wie kommt man da hin? Ja, jetzt endlich. Ja, hier bin ich aber falsch. Jetzt endlich wird man drankommen. Hat mich damals, als ich das erste Mal gespielt habe, so gefuchst. Da dachte ich mir, Mensch. Guck, warum komm ich dann dieses Item nicht da... Oha! Oh! Wer hat diese Falle reaktiviert? Naja, klasse. Klassisch. Egal, egal, egal. Also viel Schaden hat sie ja nicht mehr gemacht. Wenigstens etwas. So, jetzt sind wir wieder hier. Und dann ist es nicht mehr weit. Ja, das sind die alten. Noch die alten von damals. Die wollten's damals schon wissen. Kurz vor dem ersten Endboss. Aber hier geht's ja weiter. Und da seid ihr. Tschüss. Und... Tschüss! Und hier können wir nun endlich unseren Schlüssel benutzen. So. Neues Gebiet. Na. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir sind. Ja. Da ist ja schon die Sache mit dem Item. Wow. Ich bin begeistert. Wir bekommen einen verrosteten Eisenring. Den wir uns mal eben angucken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt echt nicht mehr, was der kann. Aber ich glaube, er ist wichtig. Das da. Wenn dann das raus. Wo haben wir ihn denn? Ich müsste sowieso noch ein paar Sachen mehr angucken. Verbessert die Balance. Ich bin nicht begeistert. Ich bin nicht begeistert. Ja, ich glaube, hier war sonst nichts mehr. Wir checken mal den Kopf. Jawohl. Denn da habe ich das letzte Mal etwas gesucht und nicht gefunden. Nämlich das Symbol der Gier. Was zum Teufel soll das? Danke übrigens an die Leute, die mich darauf hingewiesen haben, dass das ein Helm ist. Wie soll man da aber auch drauf kommen? Symbol der Gier einer Schatzkiste ähnenden Monsterkopf. Dieser einstmalige Gott galt als Scham-Symbol einer vergessenen Clans, der verbannt wurde. Da er der Sünde der Habgier schuldig war, verbessert leicht die Seelenaufnahme und das Auffinden von Objekten. Hm. Man muss jedoch den Fluch in Kauf nehmen. Nein, danke. Ich hätte es euch gerne gezeigt, wie das am Charakter aussieht. Das stelle ich mir so behämmert vor mit so einem Truhenkopf. Ich stelle es mir echt sau behämmert vor. Aber ey, ihr wisst, was ein Fluch bedeutet. Habe ich keine Lust drauf. Echt nicht. Das klingt zwar nach einem geilen Boni, aber ich will nicht verflucht sein. Die Hälfte der TP kann ich mir nicht erlauben. Ja, Freunde, und somit war es das hier. Ja, super, danke für diesen Helm. Das war es. Wir können jetzt raus hier aus dem Tutorial-Gebiet. Nein, das heißt, wir können noch nicht ganz. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die wir machen könnten. Ähm, aber ich bin gerade am überlegen, ob das sinnvoll ist. Ich habe nämlich gerade gar keinen Plan da. Und ich sollte einen Plan davon haben, was ich euch jetzt zeigen möchte. Ansonsten könnte ich da Blödsinn bauen. Ja. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz die Aufnahmen unterbrechen. Wenn die Gegner tot sind. Jawohl. Bin ich jetzt auch safe. Ich muss kurz das Spiel auch alleine lassen. Okay, Freunde. Ähm, eine kurze Pause. Ich muss mal was nachgucken und gleich geht's weiter. So, da bin ich wieder. Ja, Dark Souls Vicky ist einfach Gold wert in manchen Momenten. Äh, was ich euch jetzt zeige. Ich glaube, ich habe es euch schon mal im ersten Part gezeigt. Ich habe es zumindest mal kurz gezeigt. Weil viel konnte man damals noch nicht machen. Ja, das kennt man nämlich auch aus Demon's Souls. Da ist so eine Krähe. Man sieht sie zwar nicht. Ich glaube nicht, dass es sich um die ganz große handelt. Das klingt eher nach einer jungen Krähe oder so. Äh, deren sollen wir Items geben. Ich habe eben mal nachgeschaut, was denn so richtig sinnvoll ist, was wir geben könnten. Wir könnten ihr zum Beispiel mal eine Sonnenlichtmedaille geben. Davon haben wir ja genug. So, nur eine bitte. So, abgelegt. Jetzt liegt es hier in ihrem Nest. Und wir können die Sache jetzt einfach abkürzen, indem wir die Partie beenden und dann nochmal neu ins Spiel zurückkehren. Prismastein, genau. Das möchte ich ja auch noch geben, falls wir das haben. Und ich meine schon, dass wir das haben. So, wieder ab ins Spiel hier. Und dann gucken wir mal, was wir im Gegenzug bekommen. Das ist nämlich so eine Art Tauschgeschäft. Ja, 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 du kriegst noch mehr. Keine Angst. Wir bekommen einen weißen Brocken. Okay, ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde es auf jeden Fall besser wie diese Sonnenlichtmedaille. So, damit nicht genug. Ich wollte dir noch geben Moosklumpen, jawohl. Einen Moosklumpen, bitte. Einen. Ich glaube, es bringt nichts, wenn man ihr mehrere auf einmal gibt. Und ich glaube auch, dass es nichts bringt, ihr hinterher nochmal das gleiche Item zu geben. Ich werde das dann nochmal versuchen. Weil gerade der Tausch mit den Moosklumpen, das ist sehr, sehr nice. Aber ich glaube, das geht immer nur ein einziges Mal. Ich probiere das gleich nochmal. Wenn es öfters geht, dann habe ich hier ein bisschen was zu tun. Aber ich glaube es nicht. Das wäre auch ein bisschen unfair. Da wird man manche Items einfach zu schnell, zu einfach bekommen. Wir bekommen nicht Fungeltitanit. Ja, das brauchen wir ja, um unsere Rüstung aufzuwerten. So, komm, ich probiere es jetzt einfach nochmal schnell. Mit einem... Na, welche Moosklumpen habe ich ihr jetzt nochmal gegeben? Lieder oder Blutrot? Ach, wir werden es gleich wissen. Nein, nicht benutzen. Du Fressack. Ah, du sollst es ablegen. Leg es hin. Eins. Kann ich nicht... Ja, so kann ich gleich auf eins wechseln. Okay. Ja, das kann jetzt natürlich ein bisschen dauern. Aber ihr könnt euch vorstellen, das ist sinnvoll, das zu machen. Es gibt noch viel, viel mehr Tausch-Items, die ich jetzt aber nicht zeigen werde. Bei Interesse könnt ihr, wie gesagt, einfach mal in Google Dark Souls Wiki eingeben. Die erstbeste Seite schnappt ihr euch. Und da findet ihr ausführliche Listen dazu. Das, was ich jetzt mache, das hole ich nur in meinem eigenen Interesse. Ja, da ist nochmal ein Fungeltitanit, aber es kann gut sein, dass ich hier vorhin das andere gegeben habe. Das teste ich jetzt gleich mal. Jetzt gebe ich hier definitiv nochmal das gleiche. Einmal. Einmal. Nein, nein. Nicht dieser. Ja. genug. genug. Okay. Sie sagt es schon im Vorfeld, finde ich sehr gut. Wir nehmen es wieder mit. Und geben ihr dafür was anderes. So. Wir haben ihr dann das und das gegeben. Ich gebe ihr jetzt auch noch eines mit Blume. Auch wenn wir das nicht allzu oft haben. Ihr wisst ja, das heilt Toxin. So, aber das nimmt sie auch. Und das wird dann wahrscheinlich nochmal ein Fungeltitanit. Wovon wir nicht genug haben können. So. Ja, ist jetzt nicht so spannend, aber das gehört halt dazu. Dafür hatten wir heute ja auch schon einen Boss, ne? Also beschwert euch mal nicht. Und ich kann es euch sagen, der nächste Part wird dann nochmal super genial. Gib mir das Item, jawohl. Gleich zwei, sehr schön. Weil das Item ja auch wertvoller ist, dieses mit Blume. So. Dann habe ich noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Weiß jetzt nicht, ob das klappt und ob ich es überhaupt habe. Ich glaube, es ist Jauche-Küchlein. Zum Glück haben wir davon zwei Stück. Beziehungsweise, wir bauen ja nur eins. Sehr gut. Schnapp es dir. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja, das ist der ultimative Trick, wie man das beschleunigen kann. Ihr könntet auch... Ja, wieder ins normale Spiel gehen, ein bisschen spielen. Dann wieder zurückreißen und dann gucken, was euch die Krähe hinterlassen habt. Das ist aber... Ja, das ist so eine Zeitfresserei, die man eigentlich nicht machen möchte. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt ein Trick hier ist. Das ist ja... Nö, einfach nur eine Verkürzung hier. Ja, ist gut jetzt. Dämonentitanit, jawohl. Ist auch fein. So, jetzt noch ein Prismastein, wenn ich das habe. Prismastein. Ja, hier ist er. Ich kann an der Stelle euch mal erzählen, was mir ganz Peinliches passiert ist. Es gibt einen Ring. Diesen Ring benötigt man, um in einem späteren Gebiet weiterzukommen. Es geht nicht ohne diesen Ring. Ja. Blöderweise hatte ich in meinem allerersten Durchgang diesen Ring dem Vogel gegeben. Ja. Der hat den auch genommen. Der hat mir auch irgendein Item dafür gegeben. Jo, da war ich Fuchs Teufelswild, dass ich dann dieses Item verloren habe und storytechnisch nicht weitermachen konnte. Dachte ich zumindest. Ja, wir bekommen Dämonentitanit. So, einen Moment, ich erzähle gleich weiter. Ich gucke gerade, ob ich noch was ihr geben könnte. Ja, eine Sache noch. Eine Sache machen wir noch. Nämlich, das ist auch etwas, was wir schon sehr, sehr lange mit uns rumtragen. Und viele sich schon gefragt haben, was soll der Mist? Mist, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich dieser Abfall. Den bekommt sie jetzt auch. So. Ja, äh, wo war ich stehen geblieben? Ähm, ja, ich hab mich so aufgeregt, dass ich storytechnisch weitermachen konnte. Das war noch mit meinem Nahkämpfer damals. Und daraufhin hab ich erst meinen Offline-Magier angefangen. Weil ich dachte, ja, der Spielstand ist für den Arsch. Aber, äh, dann war ich ungefähr an gleicher Stelle, wie mit dem Magier. Und ich hab natürlich das Item nicht mehr getauscht. Ich hab's nicht mehr hergegeben. Dann hab ich aber spaßeshalber nochmal ein bisschen mit meinem Krieger gespielt. Weil ich ein bisschen was testen wollte, mit Skills und so. Und was ist mir da aufgefallen? Dass, wenn man sich ein wichtiges Item verbockt, dass das dann hinter der Urschlange in dieser sonst immer offenen Truhe erscheint. Also selbst daran haben die Entwickler gedacht. Wenn ihr mal ein Story-Item verschlendert, merkt euch das also, ein grauer Pocken, okay. Merkt euch das einfach hinter der Urschlange, beziehungsweise wenn sie noch nicht da ist, einfach da hinten. Äh, da ist eine offene Truhe. Die war schon im Vorfeld immer offen. Aber wenn ihr irgendein Story-Item verschludert habt, dann ist diese Kiste zu. Also so war das zumindest bei mir in diesem doch so wichtigen Ring, den wir auch noch brauchen werden. So, wir rollen uns wieder zusammen, denn wir haben hier alles erledigt. Aber damit noch nicht genug. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich werd jetzt nochmal einen Cut einlegen, weil ich muss jetzt wieder in das alte Gebiet... Ich muss nochmal, so nervig wie es auch ist, zu Logan. Das mach ich jetzt eben noch schnell. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Denn Logans Quest-Reihe ist im Grunde fertig. Und deswegen... Muss ich etwas tun, was ich normalerweise nicht tue, aber ich werd's tun, weil ich jetzt grad Lust hab, fast zu sterben. Okay. Hat nochmal geklappt. Aber macht nix. Wir gehen zum Leuchtfeuer. Äh, wo renne ich denn rum? Ah, hab runter. Bloß nicht sterben. So, 30.000 zählen. Ja, das reicht noch für nix. Gar nix reicht das. Wo renne ich denn gerade rum, hey? Komm ich hier... Kann ich hier außen rum? Probier das eben mal. Ah, ja, das sieht fast gut aus. Ja, sehr schön. Okay. Äh, mal gucken, ob Zwiebelritter schon noch da ist. Ja, der ist noch so lange da, bis ich mich da nach unten traue. Sieht danach aus. So. Ich teleportiere mich jetzt nach, äh, was am kürzesten? Ja. Anolon durch. Ich muss mich da wieder durch das Archiv zum Logan kämpfen. Und genau an dieser Stelle sehen wir uns gleich wieder. Bis denn. So, Freunde, da bin ich jetzt doch schon wieder hier. Ich hab nämlich nochmal nachgelesen. Und, äh, Logans Questreihe geht erst weiter, wenn wir Cess besiegt haben. Und das haben wir ja noch nicht. Das werden wir jetzt auch noch nicht anpeilen. Das ist vielleicht ein Ding, was wir im nächsten Part, äh, machen können. Denn jetzt hab ich jetzt mal was anderes mit euch vor. Wir werden jetzt, äh, ich überlege gerade, ob ich überhaupt richtig laufe. Ja, ich denke schon. Ich hoffe es. Wir laufen jetzt mal wieder in diese Richtung. Wir machen noch was Optionales. Aber was Spannendes. Optionales. Ähnlich spannend wie das eben. Na, noch spannender, würde ich sagen. Wir gehen in eins meiner Lieblingslevels. Jawohl. Denn wenn wir das gemacht haben, dann steht uns echt nichts mehr Optionales zur Verfügung. Dann geht's nur noch um die Wurst. Dann haben wir nur noch die vier letzten Areale. Und deswegen, komm. Machen wir noch das Optionale. Und dann geht's richtig rund. Ich bin auch noch am überlegen, ganz ehrlich, ähm, ob ich, bevor ich dann zu SES gehe, nicht erstmal in den Feueruntergrund gehe. Denn da sind ja auch meine NPCs drin, die mir meine Pyro-Hand verbessern könnten. Und das ist, glaube ich, ganz, äh, ja, von Nutzen. Warte mal, wo muss ich jetzt nochmal hin? Ich glaube, da runter. Ähm, das ist eventuell bei SES von Nutzen, weil der ist ja so verdammt magieresistent, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das ist natürlich mit meinem Aufbau weniger gut. Aber ich glaube, gegen Feuer ist er ein bisschen allergisch. Deswegen wäre es ganz wichtig, dass ich, äh, ja, ein bisschen mein Feuer pushe. Das habe ich ja bisher ein bisschen vernachlässigt. Also, das nächste Mal vielleicht nach unten in dieser Hölle. Da hätte ich aber auch keine große Lust drauf. Das könnt ihr mir glauben. Vielleicht mache ich euch auch erst was ganz anderes. Mal gucken. Ja, ihr erinnert euch, vielleicht, da waren wir schon mal. Äh, das sind ja meine Ninja-Freunde. Verdammt, ihr seid ja immer noch Two-Hits. Und keine One-Hits. Na, egal. Wir gehen jetzt dahin, was die werten Viecher da doch so auffällig bewachen. Nämlich dieses große Gemälde dort hinten. So, wer schießt hier mit Pfeilen? Geht's noch? Ja, ich habe nicht sonderlich viel Respekt von den Viechern. Ihr seid denn, der hinter mir macht jetzt sowas! Alter! Das ist uncool. Das war uncool von dir, mein Freund. Ja, ich trinke mal wieder sehr günstig. Und jetzt habe ich alle hier an der Backe gerade. Das gefällt mir überhaupt nicht. Vor allem... Ne, 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 ne. Kein Angriff von hinten. Kein Angriff von hinten. Ich bin nicht so... Einmal könnte er das machen, aber dann ist es auch nur wieder gut hier. Ja, ist jetzt gut! Mensch, wie ist er aber auch weg, Dobson? Jetzt heilt er sich auch noch. Hallo, geht's noch? So. Mann. Ihr wolltet es ja so. Ich wäre auch einfach an euch vorbeigelatscht. Geschlichen trifft es ja nicht bei der Rüstung. So, noch zwei. Ja, kommt einfach her. Komm. Ihr könnt euer Gemälde nicht länger von mir beschützen. Ich war schon mal da. Ich möchte es mir heute wieder anschauen. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum... Früher ging doch auch schon nix. Ja, es... Hat sich eine Kleinigkeit geändert, die ich euch gleich zeige. Äh, was haben wir das letzte Mal... Also, was haben wir in diesem Part geholt? Was doch ein bisschen merkwürdig war. Ja, klar. Merkwürdig war nur eins. Nämlich die merkwürdige Puppe. So, wo ist denn die? Ist die hier? Ich zeige euch mal eben die Beschreibung. Ach Mist, ich hätte auch da Münzen noch dem Flattermann da geben können. Aber egal, jetzt ist es zu spät. Okay, es könnte auch unter Schlüssel stehen. Ja, das ist ja auch schon ein... Irgendwie ein Zeichen, dass es unter Schlüsselgegenstände steht. Die merkwürdige Puppe. Ein Schrecken, der keinen Platz in dieser Welt fand, klammerte sich fest an dieses Spielzeug und wurde letztendlich in eine kalte, einsame Welt hineingezogen. Hm, nicht in dieser Welt. Kalt und einsam. So, ich würde mal sagen... Äh! Gucken wir uns einfach mal das Bild nochmal an, ne? Das muss ja einen Grund haben. Sieht auf jeden Fall kalt aus. Wir untersuchen es. Und diesmal passiert was. Tja, Freunde, wir sind in der gemahlenen Welt. Welt von Ariyamiss. Wie geil ist das denn, bitteschön? Aber das hat sich jetzt schon wieder so ein bisschen Skyrim-Flair, oder? Ja, und ihr seht's, wir kommen nicht zurück. Also, würden wir sterben, wir würden auch, glaube ich, hier wieder anfangen. Wir sind in diesem Bild jetzt vorerst mal gefangen. Hm. Ja. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das kein Friendly-Gebiet jetzt hier ist. Hier geht's genauso ab wie sonst auch. Nur eben, ja, eine ganz eigene, kleine Welt. Es ist mein Lieblings-Level. Ich weiß gar nicht genau, warum. Denn es ist eigentlich auch hundschwer. Aber ich weiß nicht, es hat so was... Ja. Es hat mich einfach... Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hat's mich einfach gefreut, dann nochmal so ein riesiges, optionales Gebiet machen zu dürfen. Das ist so geil. Ich liebe Dark Souls. So, hier haben wir auch ein Leuchttfeuer. Das werden wir auch gleich mal uns dransetzen. So. Ich könnte jetzt eigentlich einen schönen Cut machen, aber ich glaube, wir gucken noch ein ganz klein bisschen rein. Ich bin eigentlich so gierig drauf. Ich könnte gleich den nächsten Part noch hinterher schmeißen, aber das hebe ich mir dann auch für nächste Woche auf. Da muss ich genauso leiden wie ihr auch, was das Warten betrifft. So. Diese Sklaven sind schon mal One-Hits. Das gefällt mir. Ja, ich sollte auch mal treffen. So. Da haben wir eine große Tür. Gucken wir mal, ob die aufgeht. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay. Ist wieder klassisch. Können wir eine Abkürzung schaffen. Ja, eine Burg haben wir hier wieder. Beziehungsweise eine Burgruine. Die dürfen wir nun erkunden. Okay, hier hängt ein Gehängter. Ja, ein Gehängter hängt. Das ist... Ja. Auf jeden Fall hat er ein Item für uns. Mal gucken, ob wir da früher oder später noch drankommen. Und ansonsten, wo geht's hier weiter? Hallo? Ach, Treppe hoch. Ja. Treppe hoch wäre ein Plan. Dann geht's da hoch. Ja. Komm ich auch. So. Ja, ist ja gut. Ihr kommt alle noch dran mit dem Sterben. Ich erlöse euch alle. So. Jo, und hier haben wir neue Gegner. Und ich sag's euch Leute. Auch wenn die im Grunde. Auch wenn die im Grunde einfach sind. Dann sind sie lächerlich. Dann sind sie lächerlich. So. Wir schnappen uns noch diese Seele. Und ja, Freunde. Mit einem kurzen Schwenker über diesem... Ja, über dieses Gebiet. Was uns da noch so alles erwartet. Werde ich diesen Kampf beenden. Äh, diesen Kampf. Ja, also gut. Dark Souls ist ein einziger großer Kampf eigentlich. Ja, schaut mal da unten. Na. Wenn jemand Demon's Souls gespielt hat. Das erinnert uns an etwas. Naja. Ja, viele Items. Viele Schlupfwinkel. Hier eine Nebelwand da hinten. Da hinten. Sieht auch sehr interessant aus. Und da können wir sicher auch noch ein bisschen erkunden. Das alles. Und noch viel mehr gibt es in der nächsten Folge von Dark Souls.